Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren Sind Schlüssel aller Kreaturen, Wenn die, so singen oder küssen, Mehr als die Tiefgelehrten wissen, Wenn sich die Welt ins freie Leben Und in die Welt wird zurückbegeben, Wenn dann sich wieder Licht und Schatten Zu echter Klarheit werden Gatten, Und man in Märchen und Gedichten Erkennt die wahren Weltgeschichten, Dann fliegt vor einem geheimen Wort Das ganze verkehrte Wesen fort. Ist es so einfach, daß hier die Welt der Rationalität verachtet wird und Gefühl und Fantasie über Vernunft und Rationalität gestellt werden? Nur, wenn man das Wenn immer überliest und das Gedicht so versteht. Nicht Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, sondern Singen, Küssen, Märchen und Gedichte. Das wäre aber albernes Kalenderspruchgeschwafel. Man könnte die Konditionalsätze, die Wenn-Sätze vielleicht noch als poetische Verkürzung der Aussage Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren als Schlüssel aller Kreaturen gelten verstehen. Sie tun es aber aktuell noch, und sind es vielleicht auch noch immer. Die Menschen befinden sich also bestenfalls in einem Lernprozess, Mit dem sie das einengende, rationale Denken vielleicht irgendwann überwinden. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, Wenn also das wissenschaftlich-rationale Denken nicht mehr die vorherrschende Welterklärung ist, Wenn die, so singen oder küssen, mehr als die tiefgelehrten Wissen, Wenn man also im künstlerischen Ausdruck oder im Ausdruck von Gefühlen füreinander das wahre Leben begreift, Nicht in Philosophie und Wissenschaft, dann kommt die Welt irgendwie in Ordnung. Wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben. Dieser Satz ist sehr kryptisch. Was genau ist freies Leben, etwa von der Rationalität befreites Leben? Und soll die Welt auf diese Weise befreit wieder eins mit sich selbst werden? Vielleicht ist das folgende Verspaar ein wenig der Schlüssel zum Verständnis. Wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden gatten. Licht ist das verstandesmäßig Erfaßbare, das Klare. Der Schatten ist das dem Verstand Unsichtbare. Eine echte Klarheit wäre demnach dann gegeben, Wenn sich das dem Verstand Nicht-Zugängliche uns auf anderem Wege mitteilen würde. Über den künstlerischen Ausdruck und über den Ausdruck von Gefühlen füreinander vielleicht. Es geht also, wie immer deutlicher wird, nicht darum, Dass man sich über dieses Licht der Aufklärung erheben will, Sondern darum, dass es eben nur eine Seite der Medaille ist. Und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten. Diese Stelle klingt dann doch etwas nach Überheblichkeit des Künstlers, Was aber auch immer an der lyrischen Verdichtung liegen kann. Dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Auch wenn die Rationalität nicht grundsätzlich zu verdammen ist, Glücklich werden wir mit der rationalen Welt nicht. Aus heutiger Sicht, wenn wir mit wissenschaftlichen rationalen Methoden Uns mindestens so sehr unserer Lebensgrundlagen berauben, Wie wir sie mit diesen Methoden erweitern, Können wir das ja nur bestätigen. Ein geheimes dichterisches Wort kann uns nur davon erlösen. Was im Gedicht so leicht dahingesagt wird, Ein Wort und die Welt kommt in Ordnung, Ist die unüberwindliche Hürde. Wir kennen dieses Wort nicht. Es ist geheim. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020